Hallo und herzlich willkommen zur 30. Ausgabe von CUT. Heute ist Mittwoch, der 3. Oktober 2018. Neben mir sitzt wie immer die bezaubernde Donja. Hallo. Und ich bin der Marco. Hallo. Dass du nicht den Sonntag gesagt hast, weil ich jetzt irgendwie an Sonntag gedacht bin. Nein, ich bin geistig voll da. Ich bin geistig voll da. Ich habe mich jetzt gut ausgeschlafen. Im Kino? Nein, Quatsch. Wir waren im Kino. Es ist das ideale Wetter für Kino. Es ist irgendwie windig und grau und es wird Herbst. Und wir haben, wie, glaube ich, in einer der letzten Sendungen schon angekündigt, haben wir uns was angeguckt. Venom. Venom. Für die von euch, die nicht wissen, wer oder was Venom ist. Der richtige Name von Venom ist eigentlich Eddie Brock. Und der ist eigentlich der Erzfeind von Spider-Man. Und gilt als einer seiner gefährlichsten Gegner. Und wie wir ja wissen, hat Sony lange Zeit das Spider-Man-Franchise innegehabt, exklusiv. Und hat ja auch etliche Spider-Man-Filme produziert. Da waren ja die drei mit Tobey Maguire, dann die zwei mit Andrew Garfield. Und dann haben sie ja irgendwie so eine Art Deal mit Marvel ausgekaspert. So, dass es jetzt irgendwie immer heißt, dass halt Spider-Man auch jetzt im Marvel-respektive Disney-Universum auftreten, sein Netz spinnen darf. Genau. Und ja, jetzt quasi... Das ist der Tom Holland. Das ist genau Tom Holland, genau. Der jetzige Spider-Man ist Tom Holland. Und ja, und genau so steht halt jetzt vor dem Venom auch halt in Association with Marvel. Wobei, ich sag mal, außer dem üblichen Cameo von Stan Lee hat das mit Marvel-Filmen eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun. Ja, es ist halt so. Ich meine, es ist der Erzfeind von Spider-Man. Es ist aber ein Film ohne Spider-Man. Und ob das so gut funktioniert, das werden wir euch jetzt in Kürze erzählen. Aber bevor wir das tun, würde ich sagen, erzählst du uns einfach mal ein paar Fakten. Soll ich schon loslegen? Zum Film, ja. Okay. Und zwar hat der Film die FSK 12 und er geht eine Stunde und 52 Minuten. Also die magische Zwei-Stunden-Grenze hat er nicht ganz geschafft. Er hat eine Bewertung von 7,7 auf IMDb. Noch. Noch. Ja, 620 Nutzer waren es heute Vormittag. Sind nicht viele. Also im Vergleich. Ist nicht viel wirklich. Und jetzt kommt's. Er hat einen Metascore von 33, was eigentlich einen nicht aus dem Haus bewegen lässt. Also nicht wirklich. Man muss dazu sagen, dass natürlich wie so oft ein Embargo verhängt wurde vom Verleih. Das ist aber gar nicht so unüblich, sodass also die Kritiken also erst gestern Nacht. Online gehen durften. Und ich glaube, dieser Metascore von 33, also der setzt sich am Anfang immer nur ausschließlich aus Kritiken zusammen. Also wirklich Kritiken im Sinne von Blogs oder halt Newsseiten, die halt Kritiken verfassen. Später fließt er ja auch noch zu einem gewissen Teil so die User-Meinung mit ein. Ja, wirklich? Ach, das sind wirklich immer nur Kritiker? Nee, der fließt er schon mit ein. Beziehungsweise gibt's immer auch einen User-Score, glaube ich. Jedenfalls ist es halt so, dass am Anfang, jetzt sind es glaube ich 13 oder 16 Kritiken. Das wird natürlich noch mehr. Aber natürlich lässt dieser erste Score, diese erste Wertung, da ließ uns schon nichts Gutes hoffen. Nein, gar nicht. Und ja, in dem Zuge sag ich gleich mal, oder grüße ich gleich mal den Martin. Hallo Martin. Hallo Martin. Unbekannterweise kenne ich den. Nein, kennst du nicht. Kenn ich nicht, dann unbekannterweise. Hallo Martin. Also es ist ein, wie ich höre, bist du ein treuer Hörer von uns. Genau. Er ist ein Fan von uns. Vielen Dank. Genau. Und dann kommen wir mal weiter. Und zwar Regie hat geführt der Ruben Fleischer. Mhm. Der hat Zombieland, Gangster Squad, 30 Minuten oder weniger. Also, ja, Zombieland ist ja... Kann man mögen. Ja, ich mag ihn. Ja, ist jetzt nicht... Gangster Squad habe ich nicht gesehen, 30 Minuten oder weniger auch nicht. Und der Rest war jetzt eigentlich auch nicht erwähnenswert. Kamera macht Matthew Libertique, der Black Swan, Requiem for a Dream, The Fountain, Mother, A Star is Born gemacht hat. Aha. Sprich, er ist der Haus- und Hofkameramann von... Darren Aronofsky. Genau. Okay. Aber Mother auch? Ja, Mother hat er auch gemacht. Okay, wie hat sich der denn in den Filmen verirrt? Ich weiß nicht. Und ich habe eigentlich so, wo ich das heute Morgen recherchiert habe und das dann gelesen habe, habe ich ein bisschen gedacht, so, okay, dann werden wir visuell einiges zu sehen bekommen. Man haben ja auch, aber naja, gehen wir später drauf ein. Drehbuch, haben mehrere dran natürlich gearbeitet. Ach. Ja, das ist dann auch immer so, weiß ich nicht, ob das ein guter Indikator ist. Meistens nicht. Viele Köche verderben den Brei. Ja, also die üblichen natürlich, die Creator von der Figur und sind erwähnt worden, die habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Scott Rosenberg ist einer davon, der ist bekannt für Con Air, nur noch 60 Sekunden und dem aktuellen, die Neuverfilmung von Jumanji. Die Neuverfilmung. Aber die 90er lassen grüßen, ne? Ja, genau. Die nur noch 60 Sekunden und Con Air. Und dann kommt der Sprung zu Jumanji. Also dazwischen kam auch noch was, aber ich habe halt wirklich nur die bekannten Sachen aufgeschrieben. Die Kelly Marsl, die ist auch Schauspielerin. Also die ist jetzt ganz neu in dem Drehbuchfach, also relativ. Sie hat Fifty Shades of Grey, Saving Mr. Banks. Dann der Will Beale. Auch hier wieder Gangster Squad, Training Day, Castle hat er mitgeschrieben. Von der TV-Serie. Ja, genau. Ja, und mehr habe ich da jetzt eigentlich gar nicht aufgeschrieben. Und Darsteller habe ich es eigentlich auch sehr kleingelassen. Ja, das reicht ja auch. Das reicht auch. Also Hauptdarsteller ist Tom Hardy, der den Eddie Brock spielt, aka Venom. aka Venom ist ja nicht zu übersehen, ist ja auf den Plakaten schon. Ja, ist überall, genau, vertreten. Denn Tom Hardy, wer ihn jetzt wirklich nicht kennt, das ist der, wobei Inception mitgespielt hat. Das ist der Bane bei Dark Knight Rises. Und der Typ aus Tabu. Der Typ aus Tabu. Das ist der TV-Serie. Genau. Und Mad Max, Dunkirk, The Revenant. Meistens spielt er immer so ein bisschen böse, zwielichtige. Ja, so die harten. Meistens auch bisher die harten Kerle und auch manchmal ein bisschen eklig. Passt aber zu ihm. Passt aber super zu ihm. Dann. Die von uns heiß und innig Geliebte. Ne, eben, ja. Das war jetzt sehr ironisch. Michelle Williams. Mhm. Die spielt die Anne Wying, bekannt aus Blue Valentine, Manchester by the Sea, Greatest Showman, Alles Geld der Welt. Mhm. Dann habe ich doch tatsächlich. Den würde ich nicht erwähnen. Den, genau, den habe ich, ja, den kann man ja vielleicht, weil, das ist, der ist aber wirklich an dritter Stelle aufgeführt. Ich habe genau so. Ja, wenn sich jemand spoilern mag, gerne, ich meine, wenn sich jemand den Film anguckt und bis den Abspann abwartet, dann kommt die obligatorische Post-Credit-Scene und da taucht halt jemand auf, den wir jetzt nicht spoilern würden. Genau. Könnt ihr euch spoilern, wenn ihr wollt. Dann schaut euch einfach bei IMDb nach. Wird den weglassen. Weil, genau, dann sind wir eigentlich schon beim letzten Darsteller, den ich aufgeschrieben habe. Das ist der Riz Ahmed. Mhm. Der spielt den Carlton Drake. Ja. A.K.A. Erwähne ich nicht. Nein. Und der ist bekannt aus Nightcrawler, Four Lines hat er mitgespielt, die Serie The Night Of, The OA und in Star Wars Rogue One war er auch. Richtig, richtig. Teil der Mannschaft. Ja, wobei der uns natürlich erstmal so richtig bei Night Of, diese Miniserie, aufgefallen ist. Da fanden wir beides großartig, die Serie und ihn. Ja, so eine indische Abstammung. Ja. Noch recht jung und unverbraucht. Und er kann es eigentlich. Also er ist jetzt nicht… Super Schauspieler, ja. Aber er sieht schon sehr jung aus. Ja, aber er ist halt, ja, wie gesagt, das ist jetzt auch nicht das größte Problem. Nein, also die Darsteller sind, glaube ich, außer Michelle Williams, ist eigentlich keiner das Problem. Also weil sie ist ja wirklich… Mein Gott, ist die furchtbar. Richtig, sie sieht aus, als ob sie als Kind in einen Topf mit Botox gefallen wäre. Ja, und vor allem, sie sieht halt so Barbie-mäßig aus und dieser Mittelscheitel, wo sie da hat und wo dann so der Pony dann halt so in der Mitte der Stirn sich so rüber, der bewegt sich ja kein Meter. Also da ist nicht ein Luftzug geht durch dieses Haar. Nein, wie zementiert. Ja, das ist schon… Einen eigenen Film schon fast wert. So maskenhaft, ne? Ja, furchtbar. Also auch null natürlich und auch… Nur sympathisch. Total. Aber das ist unsere ganz persönliche Meinung. Liebe Michelle Williams-Fans da draußen… Gibt's die? Keine Ahnung. Vielleicht gibt's die. Glaube ich nicht. Fühlt euch nicht auf den Schlips getreten. Wir mögen sie halt einfach nicht. Ja, sie ist furchtbar. Also sie hat uns bislang auch schauspielerisch noch nicht so richtig überzeugen können. Es gibt Leute, die… Hat die nicht einen Oscar-Nebenrolle irgendwo mal bekommen? Ja, ich glaube Manchester by the Sea, oder? Da war sie auf jeden Fall nominiert. Ja, aber die… Ja, weil sie hat ja da diese 5-Minute-Gehäules-Szene. Ja, genau. Wo ich mir gedacht hab, oh mein Gott, gib doch der Freund nicht mal einen Lolli oder so. Das ist schon sehr hässig. Ja, ich weiß aber, das ist ja nicht auszuhalten. Und sie spielt halt immer so komisch-hysterische Frauen. Ne, die war viermal für den Oscar nominiert. Bislang. Mhm. Ja. Das war wahrscheinlich das Leben vor dem Boot. Ne, Brokeback Mountain. Blue Valentine. Ja, da hat's… My Week with Marilyn. Und Manchester by the Sea. Wurde sie viermal nominiert. Hatten wir keinen bekommen, oder? Nein. Ja, jetzt kriegst du ja auch keinen mehr. Nope, nope, nope. Wegen dem Botox. War's das? Ja. Mit den Facken. Mhm. Gut, dann lese ich mal kurz und knapp den Pressetext vor. Der ist sehr, sehr überschaubar. Und zwar… Marvel's Venom entführt im Kino in eine neue, düstere Welt. Der Anti-Held, der in einer symbiotischen, symbiontischen oder symbiotischen? Da steht symbiotisch. In einer symbiotischen Koexistenz mit seinem Wirt, dem Journalisten Eddie Brock, lebt, wird getrieben von einer zerstörerischen Kraft. Tom Hardy spielt diesen Anti-Held, den furchteinflößendsten Widersacher im Marvel-Universum. Ja, bevor wir da mal gehen, bevor wir uns dazu äußern, wie war denn so deine Erwartungshaltung? Also, ich muss ja sagen, wo ich den ersten Trailer gesehen habe, da war ich also schon in heller Aufruhr und dachte so, cool, den Film will ich sehen. Als ich den zweiten Trailer gesehen habe, war ich auch schon sehr erpicht, ihn zu sehen, als dann aber die ganze Zeit keine Kritiken kamen und keine Bewertungen, dann hatte ich immer weniger ihn zu sehen, also Lust, ihn auch wirklich zu sehen. Und nachdem jetzt morgen A Star Is Born läuft, ist das eigentlich ja mehr der Film gewesen, der mich mehr interessiert hätte. Und das ist jetzt nur unseres Zeitmanagements zu schulden, dass wir nicht den Film geschaut haben. Ja, lief halt noch nicht. Ja, läuft jetzt halt nicht, also heute Abend halt in der Ladies First Hour. Nee, da kannst du dann ein Prosecco dazu. Ja, genau, und die Zeitung kriege ich auch dazu. Super. Ja, mir ging es eigentlich ähnlich, also ich war jetzt nicht gehypt, das nicht, aber ich habe mich schon darauf gefreut, weil ich mir dachte, ja gut, was bleibt denn Sony jetzt eigentlich noch großartig übrig aus diesem ganzen Spider-Verse? Also irgendwie ist so, das Spider-Man-Franchise haben sie ja jetzt mehr oder minder erst mal auf Eis gelegt. Dadurch, dass eben Tom Holland im Marvel Cinematic Universe als Spider-Man sich weiter schwingt, mussten sie halt irgendwie, haben sie ja irgendwie noch eine Lizenz rumliegen gehabt und haben halt dann, ja, Venom gemacht. Dann dachte man ja, ja gut, das scheint mir ja schon so eine Nische zu sein und es ist vielleicht auch mal interessant, eben so einen Anti-Helden zu sehen. Es ist im Übrigen auch so, dass der, es kommt im Film leider sehr, sehr spät, erst mal andeutungsweise zur Sprache, dass Venom eigentlich per se nicht böse ist, sondern sich eher so als verstoßenen Außenseiter sieht. Also das heißt, also auf der einen Seite hast du den verstoßenen Eddie Brock, der im Prinzip ja von Peter Parker ausgebotet wird halt als Journalist da beim, beim, beim Bugle. Global, Bugle, Bugle, Global, nee. Ja, irgendwas beim Daily Bugle, glaube ich. Daily Bugle, ja. Wird da irgendwie ausgebotet, fühlt sich da von Peter Parker hintergangen und Venom ist ja eigentlich, dieser Symbiont ist ja eigentlich erst mal Teil von Peter Parker. Also in den Comics ist es wohl so, dass Peter Parker quasi von irgendeiner, von so einem Weltrall, Weltrall, Weltrallausflug quasi diesen Symbionten mitbringt und ihn als Anzug verwendet, bis er ihn, weil der sich, also der ernährt sich in den Comics vom Adrenalin des Wirts und er wird halt so ein Adrenalin-Junkie und wird halt unausstehlich, bis er sich dann von diesem Anzug trennt und das nimmt ihm halt der Symbiont übel und er geht halt dann in die Symbiose mit Eddie Brock ein, quasi der eine hasst Spider-Man, der andere hasst Peter Parker und somit haben sie quasi ihren, haben sie quasi ihren, ihren Erzrivalen gefunden und ja, aber so, also was jetzt so die Mitmenschen betrifft, ist es tatsächlich so, dass er schon eher so den Unterdrückten und ja, Außenseitern auch hilft, aber er hat halt einen ziemlich heftigen Hass auf Spider-Man aka Peter Parker. Okay, also dann stimmt die Story dann doch, also in dem Zusammenhang. Naja gut, abgesehen davon, dass halt Peter Parker, Eddie aus Spider-Man überhaupt in keiner, es wird einmal kurz angedeutet, weil das Ganze spielt ja in San Francisco, es wird einmal kurz angedeutet, dass Eddie Brock eine Vergangenheit in New York hat, aber Peter Parker bzw. Spider-Man wird da in keinster Weise erwähnt. Vor allem der Film, der macht so einen eigenständigen Charakter, weil ich bin jetzt auch, ich habe, vielleicht, weil ich so ein bisschen schon so vor mich hingedöst habe. Aber vielleicht greifen wir jetzt ein bisschen vorweg. Ja, ich glaube auch, dann stopp mich mal. Peter, du hast mich schon ausgebremst. Entschuldige. Okay. Ich wollte eigentlich nur wissen, nee, also wie gesagt, der erste Eindruck war erstmal, ja, kann man sich angucken, oder? Und dann dachten wir, was dachten wir, als wir rausgingen? Sollen wir das echt schon sagen? Naja, es ist der erste Eindruck nach dem Film, dem, was war so der erste? So ein Scheiß. Ja. Ja, das kann man, glaube ich, mal so ganz unverblümt sagen. Sony Pictures, schäm dich. Ja, weil ich, also vor allem, also ich meine, die Dialogen, die waren wirklich furchtbar. Und auch der Humor, das war jetzt gar nicht meins. Und hinter mir hat eine dann immer so gelacht. Und ich dachte mir, wieso lachst du denn immer so? Und das war halt wirklich so ein Hausfrauenhumor. Das war so wirklich so, äh, gute Zeiten, schlechte Zeiten, weißt du, solche Dialoge waren das. Also das war ganz schlimm. Und, also ich kann ja, eine schlechte Story kann ich ja irgendwie noch ein bisschen verzeihen, aber schlechte Dialoge, weil das ist ja das, was den Film ja zum Laufen bringt. Und das war halt, ähm, ja, das war ganz schlimm. Also mein Eindruck war der, dass irgendwie keiner, aber wirklich keiner irgendwie Bock auf diesen Film hatte. Mhm. Oder? Also weder der Regisseur noch Tom Hardy. Doch schon. Nee. Meinst du nicht? Also ich weiß nicht. Also ich fand, Tom Hardy hat so, der war so an der, an der Grenze zum Overacting. Manchmal. Warum, der läuft so komisch, ist mir nie aufgefallen. Wieso ist der so komisch? Ja, weil der halt gepeinigt ist und, äh. Deswegen. Der läuft so, als ob ihn irgendjemand in die Eier getreten hätte. Als ob ihn irgendjemand geprügelt hätte. Ja, die ganze Zeit. Und ich so, wieso, läufst du? Ich meine, ihm geht's ja auch irgendwann mal nicht so gut, aber dann hast du das ja irgendwie verstanden, dass er so komisch läuft. Aber der läuft die ganze Zeit so komisch. Egal, jetzt bin ich schon wieder abgeschreift. Ja. Ja, du fandst ihn scheiße. Ich fand ihn scheiße. Ja, im Grunde, ganz spoilerfrei, kommt halt so, diese außerirdische Lebensform kommt auf die Erde. Wie genau, das wollen wir jetzt nicht verraten. Und es gibt halt jemanden, der diese außerirdische Lebensform quasi nutzen möchte. Kommt aber auch im Trailer schon vor. Kommt aber im Trailer schon vor. Und dann gibt's halt Eddie Brock, Investigativjournalist. Kommt auch im Trailer vor. Kommt auch im Trailer vor, der dem auf die Spur kommt. Und irgendwie, wie es der Zufall halt so will, dann der Symbiont sich auf ihn setzt, in ihn setzt, wie auch immer man das beschreiben möchte. Und sie dann quasi eine unheilige Allianz eingehen. Ja. Ja, das ist so die grobe Rahmenhandlung. Gibt's, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Was? Ob ich irgendwas gut fand? Nee, nee, also ich glaube. Oder wie? Ich glaube, es ist, ich glaube, ich fand nix gut an dem Film. Weil ich dachte mir dann so, naja, am Anfang dachte ich mir so, also als wir die ersten Minuten verstrichen und ich gemerkt hab, okay, das wird wahrscheinlich nix mehr, dann hab ich mich schon so ein bisschen auf die im Trailer angedeuteten CGI-Momente, Kämpfe gefreut. Weil das sah ja alles sehr, sehr cool aus, dieser Effekt mit dem Symbionten. Und dann dachte ich mir so, naja, dann wird das schon cool werden. Aber es war alles dunkel. Ja. Das war auch wieder so echt, also jedes Mal, wenn irgendwie eine Kramszene war, das war halt alles nachts. Also immer, 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 es war immer nachts. Und es ist halt einfach so und gerade, das ist halt sehr schwierig, weil das auch so dieses Organische, es lebt ja und das wird dann auch durch Bewegungen halt sichtbar. Und wenn du halt dann das nicht richtig sehen kannst, du kannst es so erahnen und es ist dann ja leider dann auch ein bisschen anstrengend, das Ganze zu beobachten. Und irgendwann denkst du so, hey, ich sehe eh nix, jetzt ist ja eh wurscht so. Ja, genau. Und das ist so, also der Endkampf ist eigentlich so ein Musterbeispiel dafür, wie man es halt nicht machen sollte, es dunkel zu machen, schnell zu machen, unübersichtlich. Du weißt nicht mehr, wo oben und unten ist. Dieses Organische kommt dem Ganzen sogar noch in die Quere. Ja, da weiß der eh schon nicht mehr, wer was ist, wo vorne und wo hinten ist. Aber jetzt kommen wir schon zu weit hinten. Nein, nein, es gibt, wir sprechen jetzt erstmal über dunkle Actionszenen und das zählt halt das Ende auch dazu. Also ich fand die CGI, wenn man sie denn gesehen hat, fand ich sie ganz, ganz gut. Aber dass sie halt so diese, diese coolen Actionsequenzen eigentlich immer, einmal komplett im Rauch, einmal im Dunkeln, also immer im Dunkeln, manchmal sogar mit Rauch. Ja, und dann denke ich mir, naja, das, das wäre so, sie haben, sie haben auch jeden, wie soll man das sagen, es gibt ja so diesen Moment, wo, wo so diese Kräfte dann halt irgendwie zutage kommen. Und normalerweise, wenn es denn jetzt so ein regulärer Superheldenfilm gewesen wäre, wäre das ja eigentlich ein cooler Moment. Fandest du das cool? Ich glaube, das da habe ich so ein bisschen geschlafen. Naja, also er bekommt ja seine, seine Kräfte. Aber das war wirklich da, wo dann zum ersten Mal er mit ihm verschmolzen ist und wo auch der erste Kampf war, da habe ich so ein bisschen so von mir in der Höhe ist. Ja, ich finde, ich finde, normalerweise ist das so, du, 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 also er bekommt diesen, dieser Symbiont mit eins mit ihm, er flieht aus dieser Einrichtung und normalerweise hätte ich jetzt gesagt, okay, dem geht es jetzt nicht so gut und dann kotzt er mal und dann hat er Hunger und so. Ja, das ist eklig. Ja, aber dann, dann, dann hätte ich ja gedacht, okay, der Moment, danach, nein, okay, Entschuldigung. Ich bin doch nicht. Okay. Der, der Moment wäre dann irgendwie so der, wo, wo, also der, der Moment danach wäre der Moment, wo zum ersten Mal, im Trailer auch übrigens, seine Kräfte entfalten sich zum ersten Mal und wow, wie cool ist das denn, was der drauf hat. Jetzt zwar pulvern sie das aber schon vorher in seiner Flucht, da, wir kommen seine, ohne jetzt Details nennen zu wollen, aber seine Kräfte kommen zutage und das halt in einer vollkommen nebenbei unspektakulären Art und dann ist es halt überhaupt gar nicht mehr überraschend, abgesehen davon, dass es im Trailer gezeigt wird, ist es nicht mehr cool. Ja, und auch so dieser, dieser Konflikt, den ich erwartet hätte, der auch im Trailer cooler aussah als dann im Film, zwischen ihm und dem Symbionten, der ist zum Teil einfach nur lächerlich. Ja, das ist halt so, so, so Sprüche klopferisch, so ein bisschen, so, so, äh, fast schon wie ein Buddy-Movie. Also die zwei sind halt Buddies, wo sich halt, ja, so wie der Partner mit einem kalten Schnauze oder so, nur die kalte Schnauze ist halt eben drin, keine Ahnung, also das ist ganz komisch. Also wie gesagt, die Dialoge, die sind völlig gaga, also, ja. Ja, ich hab mir ja immer gedacht, dass, also eigentlich hätte ich gedacht, dass Tom Hardy für so eine Rolle, die ja stark jetzt irgendwie so einen schizophrenen Charakter eigentlich hat, dass der da halt wie geschaffen dafür ist. Nein, aber es wird ja nur, es ist ja völlig veralbert. Ja, genau, genau, es ist total verabelt. Also es ist so, eigentlich hätte man, ich hätte jetzt damit gerechnet, dass man ihn irgendwie sieht, wie er halt durch diesen Symbionten irgendwie an den Rand des Wahnsinns getrieben wird, ja. Ja, ja. Aber irgendwie ist es so nach anfänglichem, oh, irgendwie fühle ich mich nicht gut, ja gut, naja, dann. Ergeben uns im Schicksal. Dann ist es halt so und das, ja. Und auch so dieser, dieser Wandel von, von, ich bin jetzt ein außerirdisches Wesen und will die Menschheit im Prinzip unterjochen zu, ach, hier gefällt es mir eigentlich doch ganz gut, du, ich helfe dir jetzt. Was war denn das? Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, vor allem halt, jetzt wo du den Pressetext gelesen hast mit irgendwas mit Düsternis und so, ja, es war halt die ganze Zeit dunkel, es ist aber die einzige Düsternis. Und das, was du jetzt halt auch gerade erwähnt hast mit dieser Zerrissenheit oder, ja, auch dieses Schizophrene, weil ich meine, der redet ja, der ist ja neben drin und der redet mit ihm und da denkt man dann auch so, ja, ich meine, bisschen, bisschen, wie du sagst, schizophren, aber das ist dann irgendwie ganz cool und es wird dann so weggealbert irgendwie. Und, ja, es ist, es ist halt wieder so, ja, wir machen jetzt wieder einen Film fürs Massenpublikum und da muss sich jetzt auch keiner irgendwie mit der Psyche da auseinandersetzen. Ja, nicht die Leute wieder zu arg anstrengen und ich weiß nicht, das ist, also, das ist nicht mal mehr Popcorn-Kino, also. Also, nee, weil es auch keinen Spaß, es macht keinen Spaß. Nee, es macht null Spaß. Das ist, äh. Aber ich meine, wie uns hat es keinen Spaß gemacht, weil, wie gesagt, die hinter mir, die waren nur am Gackern. Aber das ist, dieser haushoeren Humor, das ist furchtbar. Wir sind halt, also wir sind jetzt schon echte, äh, Comic-Verfilmungs-Nerds, also wir sind, wir stehen schon auf so einen Scheiß, ja. Ja, ja. Also, und, und wir, wir gehen schon ab auf sowas, ja. Es gibt ja Leute, die, die mögen, mögen die Marvel-Filme nicht, äh, wir schon, wie ihr wisst, ja, äh, wir feiern die regelmäßig ab, äh, die meisten davon, äh, aber, aber das, das ist einfach, die Chemie zwischen den beiden. Ah, das stimmt auch nicht. Ja, nee, ja. Also, die war nicht vorhanden, also, der Film will, der ja irgendwie, ähm, verbringt ja durchaus nicht unwesentliche Zeit damit, äh, irgendwie die Beziehung zwischen, äh, Tom Hardy, also zwischen Eddie Brock und seiner Freundin da zu beleuchten. Und, und. Anne. Anne, ja, und, also, Michelle Williams und, 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 ja. Es ist, es ist in keinster Weise für mich nachvollziehbar, mitfühlend, gar nicht, überhaupt nicht, die beiden sind mir so wurscht, die Beziehung zwischen den beiden ist mir so egal. Es gibt nicht eine einzige Figur, mit der ich mitfühle, ja, auch diese, diese eine Wissenschaftlerin, die da ihre. Die habe ich gar nicht aufgeschrieben. Die da auf einmal ihren, ihren moralischen, äh, kriegt das, das kauft ja auch null ab. Wahnsinn, wo haben sie denn die her? Ich meine, das ist auch so. Der, äh, wie heißt der, der, ähm, der Riz, der Riz Ahmed, äh, spielt fast in jeder Szene in Erklärbären, ähm, es bleibt überhaupt nichts, nichts geheimnisvoll, es wird eigentlich immer alles sofort gezeigt und erzählt. Er ist von vorn bis hinten geradlinig, kein einziges Sekundespannend, null. Der ist null spannend, ja. Keine Emotionen, keine Spannung, dunkles CGI, äh, abgrundtief schlechte Dialoge, boah, so. So, sag ja, scheiß Film. Scheiß, genau. Mhm, sorry. Da habe ich mehr gerounted als du. Ja, ich meine, ja, ich, ich, ich verhalte mich noch ein bisschen zurück, weil es kann sein, dass ich vielleicht im, im Spoiler-Teil dann ein bisschen mehr sage, aber. Ja. Ich habe jetzt nur Angst, dass ich jetzt, wenn ich mich in Rage, dann, 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 glaube ich, kommen wir mal, äh, eh, zu einem spoilerfreien Fazit und ich glaube, ihr habt es schon gehört, wir brauchen da eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel drüber sagen. Ich finde, es ist Geld und Zeitverschwendung. Absolut, ja. Ja, und das sage ich als, als Spider-Man und, und auch Venom-Fan, sofern man Fan von Venom sein kann. Ich mochte den, ich, ich habe es gehasst, äh, wie sie ihn damals verheizt haben in, in der, ähm, Sam Raimi, äh, Trilogie, äh, fand es sehr, sehr schade, dass, dass der so. Ich fand es schade, dass es zu wenig Playtime war. Ja. Und, und, ähm, ich fand es auch, ja, was es aus Tobey Maguire gemacht hat, es war halt Fremdschämen auf ganz hohem Niveau. Also ich habe mich die ganze Zeit nicht, nicht hinschauen können, wie ich dachte, oh, es ist peinlich. Ja, aber ich, ja, aber deswegen war es für mich ja jetzt eigentlich so cool, weil ich dachte, jawohl, jetzt kriegt der vielleicht, auch wenn es, wenn es nicht so direkt mit Spider-Man zu tun hat. Es ist ein Spider-Man-Film über, äh, es ist ein Film über einen Bösewicht aus dem Spider-Man-Universum ohne Spider-Man und das funktioniert nicht. Nee. Das funktioniert nicht, weil der Typ einfach nicht liebenswert ist, also die Figur ist nicht liebenswert und wurde zumindest nie so liebenswert dargestellt, dass man jetzt, weißt du, was ist denn ein Anti-Held? Ja, was ist denn das für ein Begriff? Ja, ein Anti-Held ist entweder ein Antagonist, ja, oder es ist halt ein, ein, also Deadpool zum Beispiel würde ich mehr als Anti-Held bezeichnen. Also es ist halt, ein Anti-Held ist für mich immer so ein Held mit zweifelhaften Methoden, der aber im Grunde seines Herzens, äh, gut ist. Genau. Und. Die Hure mit dem goldenen Herzen. Ja, genau, so ungefähr. Und das ist halt, Deadpool ist so der Prototyp, finde ich, irgendwie, ne. Ähm, politisch höchst unkorrekt und, aber halt irgendwie weiß er schon, was richtig und was falsch ist. Naja, und der halt nicht, also Venom halt nicht, das ist irgendwie so. Also, aber auch mit Tom Hardy völlig falsch gecastet, weil ich meine, der sieht ja auch so aus, als ob er halt, äh, erstens mal sieht für mich. Genau. Nicht nur Reporter aus, also weil, der ist viel zu. Bullig. Viel zu bullig, der ist viel zu, naja, okay, der für den Körper kann ja nichts, aber, ja, der sieht halt auch irgendwie so trainiert aus. Und da denke ich mir, ja, okay, in der heutigen Zeit. Mit dem Fleischschiffsspitze ja ganz schön fit, ne. Ja, genau, aber, naja, okay, der kann man ja jetzt auch wieder, in der heutigen Zeit ist ja, entweder bist du durchtrainiert bis zum Gehtnichtmehr oder du bist halt fett bis zum Gehtnichtmehr. Also, es gibt halt nur noch diese Extremen, deswegen kann man ja dann sagen, okay, es ist eine sehr, sehr aktuelle Version eines Reporters. Eine sehr fitnessbewusste. Genau. Wollte man ihn nie, doch, er hat Handeln rumliegen in seiner Wohnung. Ja, genau. Das erklärt es. Ja, aber. Seht ihr nicht trainieren, aber er hat einen Handel. So wie ich auch, ich habe im Schrank auch einen Handel, also bin ich gut. Merkt dir mal Zimmer und Tapete. Das muss er dann später noch, weil ich echt gedacht habe, ich sehe nicht richtig. Soll ich mir das aufstellen? Ja, schreibst du auf, dass du es nicht vergisst. Okay. Ja. Aber, wie ich schon sagte, also es ist kein, kein, keine liebenswerte Figur, keine Figur, mit der man mitfüllen könnte. Nein, gar nicht. Und es ist, wie gesagt, ich finde den auch nicht, überhaupt nicht gut gecastet. Also, Tom Hardy, ich kann so eine Figur gar nicht spielen. Ich mag den, wir mögen den beide. Ja, ja, schon, aber jetzt hätte ich, also nach dem Film hätte ich gedacht, so, also Alter, was haben sie denn den gegeben, dass der halt so... Geld. Achso. Der ist so schlecht, der ist so schlecht in dem Film. Naja. Also wirklich, muss ich überlegen. Es ist teilweise peinlich, ne? Ja, voll. Also, wie ich schon sagte, so Overacting, also an manchen Stellen, wo du denkst, oh. Ja, aber das Overacting, das war ja mehr so ein Tabuwort die ganze Zeit vor sich hin. Na, da grunzt er ja nur rum. Ja, das ist halt Overgrunzing. Overgrunzing. Tom Hardy grunting. Genau. Du hast ein hübsches YouTube-Video. Ja, ich weiß. Fünf Minuten lang nur grunzen. Naja, gut. Also, unser Fazit. Nee. Einfach nur nein. Einfach nur nein. Deutsche Komödie von Detlef Buck angeschaut. Ja, genau. Das ist halt auch wieder so. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Wieso? Ja, wir waren jetzt eigentlich immer nur beim Fazit. Ach so. Ich sag nur Wuff. Wuff. Armes Deutschland. Aber hallo. Naja, gut. Also, wie gesagt, aus unserer Sicht. No. Ein eindeutiges Nein. So viele Damen, wie wir auch nur übrigen können nach unten. War eine herbe Enttäuschung. Wir haben uns geärgert. Ja, vor allem, wir waren jetzt schon echt so viele Wochen nicht mehr im Kino und wir haben eigentlich aus den Gründen, dass halt jetzt einfach nichts lief und jetzt läuft auch nichts. Naja, egal. Naja, gut. Aber wir haben ja jetzt ein positives Herz. Wir haben wieder Material für eine Podcast-Aufnahme. Genau. Und ihr könnt ja… Ihr habt uns doppelt dem Vermilder. Genau. Ihr könnt davon profitieren, indem ihr unsere Warnungen quasi achtet und einen Bogen um diesen Film macht. Dann habt ihr auch davon profitiert, dass wir für euch… Genau. Guckt Lady Gaga an. Guckt euch Lady Gaga an oder… Bradley Cooper. Bradley Cooper, je nach Geschmack. Wahrscheinlich die bessere Wahl. Wir wissen es ja selber noch nicht, aber was so das Internet sagt, glaube ich, ist das die bessere Wahl. Ja. Kommen wir zu unserem Spoiler-Alarm. Du schüttelst immer noch den Kopf. Du kannst es dir einfach nicht fassen, oder wie schlecht dieser Film ist. Nee, kann ich nicht. Und zwar, also das erste Indiz, dass dieser Film nichts kann, das ist diese Anfangsszene. Also nicht nachdem dann die Symbionten auf der Erde landen, aber die erste Szene, wo Tom Hardy mit Michelle Williams in diesem einen Zimmer sind. Und du siehst dieses Zimmer und denkst dir, oh, es ist ein schlechtes Hotelzimmer. Dann stellst du dich heraus, das ist denen ja zu Hause. Und du siehst dann nur dieses Bett und diese Tapete. Und du denkst dir nur so, mein Gott, wie kann man nur so ein schlechtes Zimmer haben? Das ist wirklich so Bumms-Hotel-Niveau von einem… Stumpen Hotel. Ja, ganz schlimm. Und dann dackelt die Frau da mit ihrem Anzug rum und diesen Haaren, die halt wirklich nicht einen Luftzug durchlassen, mit ihrem Barbie-Haften. Die sieht aus wie so schlechte Barbie-Puppe. Ja, gebotokst. Voll. Und dann denk ich mir, Alter, wieso lässt du diese Weibe überhaupt vor die Kamera? Das kann nicht sein. Das ist so ein schlechtes Vorbild. Genau, das wollte ich noch sagen zu… Und das war schon der erste Moment, wo ich gedacht hab, nee, also Styling-mäßig muss jetzt gleich hier gehen. Also das kann es doch echt nicht sein. Das ist aber wirklich zum Abgewöhnen. Das ist aber schon eine sehr weibliche Sicht der Dinge, weil das ist mir zum Beispiel gar nicht aufgefallen, die Tapete. Die ist furchtbar. Vor allem halt so ein komisches Blau mit so komischen Blumen halt drin. Das habe ich gar nicht gesehen. Und dann so ein Holzbett. Ich habe immer… Das war so, das ist ja nicht mal… Das ist Möhmach so, keine Ahnung. Ich habe noch mit vor Entsetzen geweihteten Augen auf Michelle Williams' Gebotox das Gesicht gestürzt. Ja, das kam ja dann später noch. Der erste war ja, wo Tom Hardy in dieser komischen Bettwäsche mit dieser komischen Tapete und ich meine, seine Junggesellenbude, wenn er dann später dann… die ist ja dann viel cooler. Wobei, also das Klo hätte er auch mal putzen können. Meine Fresse, ist das eklig. Also wenn er dann halt später, als wenn er dann mit dem Symbionten verbunden ist, dann frisst er sich ja quer durch alles, was in seinem Kühlschrank, inklusive seinem Müll, was er dann später halt auskotzt und das ist halt wirklich so zum Abgewöhnen. Naja. Also das war übrigens auch so eine Szene, wo ich nicht verstanden… also ich habe mehr Dinge nicht verstanden. Das war eigentlich so mein Hauptproblem. Also das war, weil einfach manche Schritte vollkommen unlogisch waren. Also es geht ja schon mal los mit diesem ersten Symbionten, der sich ja… der gar nicht so sehr… also da geht es ja nochmal gar nicht um Eddie Brock oder so, sondern da geht es ja darum, dass dieses Raumschiff mit diesen Lebensformen an Bord abstürzt und ein Symbiont sich quasi einer Person bemächtigt und der macht sich halt irgendwie schnurstracks rund um den Globus von, was war das, Malaysia oder so, keine Ahnung, nach Amerika, um eine Symbiose mit diesem… immer noch Carlton Drake einzugehen. Weil das ist doch Zufall, oder? Dass er ihn dann nimmt? Das weiß ich nicht. Nee, 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 sein Plan ist ja anscheinend, dass er ins Weltall kommt und seine Brüder und Schwestern holen kann. So. Aber dann denke ich mir, naja, gut, muss das jetzt er sein? Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden. Ja, vor allem halt, also ich fand es jetzt auch wieder so lame, dass halt dieser andere Sybiont, der irgendwie böser als der Venom ist, der heißt nämlich dann Riot, der im Prinzip genau gleich aussah wie der Venom. Ein bisschen größer und eine andere Farbe. Ein bisschen größer, er war ja ein bisschen andere Farbe, also er war anstatt weiß, ein bisschen weiß durchzogen, war er rot durchzogen. Das ist natürlich in der Dunkelheit, in den Kampfszenen hast du null, die auseinanderhalten können. Also da hätten sie ja eigentlich sagen können, okay, der Venom ist irgendwie schwarz und der Riot ist dann irgendwie rot. Ja, rot ist Carnage, also. Ja, es ist, also, weil Endkampf, ja. Oder andere, von mir hast du dann halt kackbraun oder so, Hauptsache man kann die zwei auseinanderhalten. Weil das war halt auch noch so schwierig, dadurch, dass die halt so ähnlich aussahen, du konntest sie gar nicht auseinanderhalten. Und dann so dieses ineinander verschlungen. Ja, das war ja noch irgendwie ganz cool, wenn sie dann halt, wenn du dann kurz, und ich glaube, das sah am Computer bestimmt saugeil aus, wo dann die ganzen Symbionten irgendwie auseinandergerissen worden sind und du hast so schemenhaft so die Menschen dazwischen gesehen und dann sind sie wieder zusammen, wieder auseinander. Das sah bestimmt cool aus am Computer, aber an der dunklen Leinwand ist das halt völlig verpufft halt. Was ich ja zum Beispiel sehr geil fand, ist, dass der Symbiont seinem Wirt während einer Autofahrt erzählt, was seine größten Schwächen sind. Oh, da habe ich auch gedacht, was ist das denn für ein Scheißdreck? Bist du bescheuert? Halt doch die Fresse. Also, er. Der andere so, aha, aha, aha. Hat sie das überhaupt gehört? Ja, ja. Sonst hättest du es ja nicht gewusst. Sie war doch diejenige, die dann ins MRT eingeschaltet hat. Ja, ja, schon, aber sie hat, ja, ja, genau. Ihr hat es ja wiederholt. Er hat es wiederholt, genau. Also, der Symbiont erzählt ihm quasi, dass er, ach im Übrigen, du, meine Frequenz zwischen 4 und 5.000 Hertz, die mag ich nicht. Aber es muss genau diese Frequenz sein. Und das war so plump, einfach so scheiße und dann, dass sie halt auch noch von ihr Besitzer ergreift. Also, das, ja, jedenfalls, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, sie macht sich ja das zu eigen, also sie hilft ihm ja dann beim Endkampf. Aber auch so komisch. Na, überleg mal. Ja. Ein Symbiont ist dein Freund. Vielleicht, ne, hast du doch noch ein bisschen Gefühle für ihn. Die kämpfen gerade in 100 Metern Höhe an der Außenhülle eines Raumschiffs und du beschallst die einfach mal mit irgendwas Ekelhaften, sodass sich die Symbionten von den Menschen trennen. Was passiert? Dein Freund fällt 100 Meter nach unten. Aber ist ja egal. Ist der Wurscht? Und sie sagt, ich hab's euch doch gesagt. Ich kann hässlich sein. Ich kann hässlich sein. Viatsch. Dann dachte man so, alles klar, dir ist dein Freund offensichtlich total egal. Absache. Ja, genau. Das ist echt eine freie Bitch. Oh mein Gott. Das war auch so, was macht die da? Ja. Das ist so. Ja, das fand ich auch sowieso ihr Endoutfit mit diesem komischen Karo-Röckchen, wo sie dann aussieht wie so eine verkappte Schülerin. Wie so ein Chili da. Oh mein Gott. Denkst du, die Frau haben sie ja so zwanghaft auf Jung getrimmt. Denkst du, ja, aber das, ich meine, ich weiß ja nicht, wie alt die Personen sind. Also ich denke mal, dass die so Ende 20 sein sollen im Comic oder so Mitte, Ende 20 und die sind ja beide weit darüber hinaus. Also das siehst du halt leider halt auch. Und deswegen, ich glaube, da haben sie noch irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich, was sie da noch aufs Gesicht gesprüht haben, dass die halt so vor sich hin glüht. Es ist furchtbar. Ja, also nicht mehr, also ich kriege mich da nicht mehr, wie jetzt wirklich, ich gucke keinen Film mehr mit der an, wirklich keinen Film mehr. Das war's jetzt. Michelle Williams, hast du so verschissen bei mir echt, das gibt's nicht. Die dumme Kuh. Ja, es ist ein Desaster. Dieser ganze Film ist von vorne bis hinten ein Debakel. Also das ist so, da funktioniert halt echt nix. Weißt du, wer noch am Sympathischen ist? Ja, der Arztfreund. Der Chirurg. Ja, genau. Naja, gut, aber der hat ja jetzt auch nicht viel zu tun. Nee, hat er auch nicht, aber der kommt dann auch irgendwie ganz nett drüber. Oder die nette Lady aus dem Gemischtwarenladen mit dieser furchtbaren Beleuchtung, wo du denkst so, jetzt wird gleich operiert da drin. Furchtbar, naja. Ja, ähm. Nee, nicht schön. Nee, überhaupt nicht. Nicht schön. Nee. Ich hab, äh, ich hab mich die ganze Zeit einfach, also es gab eine Szene, also wenn, wenn's, ähm, wir müssen ja den Film ja später noch bewerten, ja, auf, äh, auf Letterboxd. Ich freu mich schon auf den halben Stern. Ja, den halben Stern kriegt er von mir auch, äh, für diese eine Szene, wo ich lachen musste. Ja. Das war die beste Dialogszene. Komm, gib's die. Das war die Lust, ja, wo irgendwie der, ähm, Eddie Brock wird vom Symbionten getrennt, von seinen Haschern in den Wald geführt, um ihm dort den Gar auszumachen. Und dann gehen sie halt so durch den Wald und Eddie Brock meint irgendwie so, ja, willst du mich jetzt so todisch spazieren? Ja, genau. Das war der beste Sprung. Das war der beste One-Liner. Alle anderen sind alles Rohrkrepierer gewesen. Vor allem halt, wer hat den Symbionten von ihm weggemacht? Schon wieder. Sie. Ja. Seine maledeite Ex-Freundin, die ja dann, weil der Symbiont ist ja dann irgendwie durch das MRT, äh, dann von ihm getrennt worden. Und dann, äh, verschwindet er kurz und dann kommt er in einen Hund rein. Und dann sagen sie. Und das Geilste ist ja dann dieser Showdown, wo der Hund und sie sich in dem Krankenhaus am Gang treffen. Begegnen. Begegnen, so quasi. Ja, Hund ist ein Chihuahua. Das ist eine Handvoll Hunde. Es ist trotzdem ein Hund. Und dann blitzt es kurz und dann schnappt der Hund halt sie. Sieht man aber nicht. Sieht man nicht, nee. Aber später dann. Sieht man halt einen Symbionten mit Brüsten und man weiß, aha, das ist sie. Und dann ein ekliges Geknutel. Ja, das ist ja auch so geil. Würde ich ja gerne mal ein Mäuslein spielen im Drehbuch im Autorenraum, ja. Also, boah, wäre es nicht geil, wenn sich die beiden küssen würden und der Symbiont würde gleichzeitig von einem zum anderen übergehen und so. Ja, warum sollten sie das tun? Na, ist ja egal. Das sieht total super aus. Oh Mann, ey. Oder? Ja, ja, klar. Das war überhaupt kein Sinn. Aber das wirklich... Und es war wieder dunkel. Ja, natürlich war es wieder dunkel. Aber das Schlimmste war wirklich diese Fahrt, wo sie ihn dann einsteigen, sofort ins Krankenhaus. Was war denn das? Ja, ja. Krankenhaus. Jetzt muss ich lachen, weil es so unfreiwillig komisch war. Also er, sie wird, nee, das ist so geil. Sie wird Zeuge, wie ihr Freund in Form von Venom ein paar Leute killt. Polizisten. Polizisten killt, sich wieder in Eddie zurückverwandelt und sagt, mir geht's nicht so gut. Ich hab Angst. Ja, ja. Und sie sagt, Krankenhaus. Jetzt, sofort. Weißt du, erst kreischt sie wie so ein Mädchen. Ja, ja. Aber wie, ey? Ja, furchtbar. Und dann... Und dann dachten wir, wieso? Die müsste doch jetzt vollkommen verstört von ihm weglaufen. Es gibt keinen Grund, wieso sie ihm jetzt da ins Auto... Der hat sich gerade in einen Monster verwandelt. Würdest du den hinten ins Auto setzen? Nee. Ich würde die Polizei... Aber zumindest hinten, sie hätten ja nicht vorne sitzen. Voll geil. Und dann auch noch dieser entzwungene, emotionale Moment, wo dann er sagt, wenn du dich jetzt nicht entschuldigst... Ja, dann wirst du es nie wieder schaffen. Oh mein Gott. Aber das war das Coolste, wie er aus diesem Venom rausgesprungen ist. Also fast schon gehüpft so. Also er ist richtig aus ihm rausgelaufen. Nee, der hat sich ja so zurückgezogen. Ja. Das war übrigens, also ich habe ja gesagt, die CGI fand ich eigentlich ganz gut, aber was ich irgendwie seltsam fand, war so die Art und Weise, wie es dann wieder zurückging. Also das war irgendwie so, als ob du jemandem ein Glas Wasser drüber schüttest und das irgendwie so verdunstet. Das sah irgendwie so ein bisschen komisch aus. Es ist nämlich auch so, dass der Symbiont sogar in den Comics in der Lage ist, halt das Aussehen des Wirtes zu verändern. Also du, auch Kleidung zu imitieren und so, also das ist wie so ein Tarnenschild, wie ein Chamäleon. Das heißt, der könnte ja sonst wie seinem Wirt helfen, indem er sich halt einfach in was weiß ich was verwandelt. Und das kommt ja auch gar nicht vor. Also das ist entweder Eddie Brock oder es ist der Venom. Kein Stuhl. Kein Stuhl. Naja, weiß nicht, Gegenstände nicht, aber halt andere Menschen, Gesichter, Kleidung etc. Hätte ihm auch ein paar Mal geholfen, ne? Ja, natürlich. Aber das ist lustig. Ja, genau. Dachte ich mir, entschuldige, dachte mir übrigens auch ein paar Mal, wieso, also der Zeitpunkt, in dem er sich quasi dann vollständig zu Venom verwandelt, der ist ja auch vollkommen willkürlich gewählt. Wann war der nochmal? Ich glaube, das war am Ende dieser Motorradverfolgungsjagd. Ah ja, genau. Wo er dann... Dann dachte mir, wieso nicht vorher? Genau, da habe ich geslafen. Wieso nicht vorher? Ja. Wieso die ganze Zeit hier, ne? Der hätte einfach nur, wieso auf dem Motorrad sitzen? Das fand ich auch irgendwie so. Weiß auch nicht. Naja, also was ich halt irgendwie, was der Film ja noch versucht hat, so ganz komisch nebenher, ist ja wirklich eine politische Message. Ist das sehr aufgefallen? Wurden? Nein. Ja, weil der Mensch hat den Planeten, macht den Planeten kaputt und deswegen versucht der Trigger? Halton Drake jetzt hier auf anderen Planeten zu überleben und deswegen ist die Idee mit den Symbionten, dass die sich mit den Menschen verbinden. Dass der Menschenswelt erkannt. Dass der Menschenswelt erkannt, weil die Erde ja eh schon am Arsch ist. Und das ist ja, da denke ich mir, ja, kann man so versuchen. Aber ich glaube, deswegen werden die Leute jetzt auch nicht McDonalds boykottieren und weniger Plastik ins Meer werfen. Ne, ich habe, tut mir leid, die politische Message ist bei mir nicht angekommen. Da habe ich mich gerade vor Schmerzen gewunden, weil die Dialoge so schlecht waren. Ja, aber sie haben es versucht. Aber wie? Das war so richtig Holzhammer-mäßig. Ich weiß nicht, das ist so drehbuchmäßig, einfach vollkommen Banane, einfach alles so abgespult, so ohne jegliches Feingefühl für Emotionen, Dramatik, Spannung, nix, gar nix. Das ist einfach nur so bäh. Ja, das ist so ausgekotzt. Und vor allem halt, ich meine, egal welcher, also auch so ein Tom Hardy, der, also mittlerweile, also nach dem Film würde ich schon sagen, da kann ich Schauspielern. Also, ich weiß nicht, vielleicht überschätzen wir den die ganze Zeit immer so. Ich meine, was spielt er denn? Also, Inception zum Beispiel, da hat er ja, ja, da war so der coole Typ halt, der da irgendwie ihn so einen Rücken freigehalten hat in The Dark Knight. Da hat er eh die ganze Zeit die Maske gehabt, da hast du eh nix gesehen. Es ist halt natürlich seine Erscheinung. Er ist halt auch sehr ein Physischer. Sie haben beide Bronze noch nicht gesehen, oder? Nein, haben wir nicht. Dem hat er sich ja da so eine Ruhe erarbeitet. Ja, ich weiß, bei Mad Max, okay, da ist er cool, aber. Nee, Mad Max macht er nicht viel. Nee, macht er auch nicht viel. Nee, macht er auch nicht viel. Nee, macht er auch nicht viel. Und dann Kirk hockt er ja auch nur im Cockpit und verzieht keine Miene. Dann Revenant, da ist er halt gut, aber da spielt er halt irgendwie so ein ekliges Arschloch. Ja gut, aber das fand ich schon klasse. Aber das spielte er gut, da war er echt gut. Nee, ich glaube, der kann. Ja, und da hat er nur gegrunzt. Der kennt schon was. Ich glaube, dass man ihn halt einfach so nicht atypisch besetzt, sondern halt entsprechend seiner Statur einfach so. Nee, der ist halt bullig und das nutzt man halt aus. Und jetzt macht er halt diese Rollen. Und ich warte eigentlich tatsächlich drauf, dass man ihm irgendwann, dass er sich irgendwie mal komplett gegen den Strich besetzen lässt. ist, dass er irgendwie sich runterhungert und irgendwie was total Krasses macht, weil ich glaube, dass der schauspielerisch schon drauf hätte. Ja. Ich meine, wir haben ja diesen, wie ist der, wo diese Zwillinge gespielt hat? Legend. Legend. Der Film war furchtbar langweilig, fand ich, aber ich fand schon, dass er die beiden vollkommen gegensätzlichen Brüder da schon sehr gut gespielt hat. Ja, das stimmt. Ja, aber ich meine, letztendlich kommt alle in dem Film nicht mehr über als zwei Gesichtsausdrücke raus. Nee. Ich meine, die Michelle sowieso nicht, wegen dem Botox. Ja, und auch die anderen und auch diese Doktor Tussi da, wo ich jetzt nicht aufgeschrieben habe. Nee, nee. 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 Ja, dann würde ich sagen, kommen wir... Ziehen wir es nicht unnötig in die Länge? Ziehen wir es nicht unnötig in die Länge. Ich würde sagen, wir geben mal, was gibt es denn so an Ausblick für die nächsten, für die nächsten Folgen? Ja, also wie gesagt, Star is Born würde ich gerne sehen. Müssen wir schauen, wie da dann... Läuft. Haben wir... Gibt es da sonst irgendwas, worauf jetzt... Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Der kommt im Oktober. Ja. Der kommt Ende Oktober. Da wir beide, ja, was heißt, als Queen-Fan würde ich mir jetzt... Ich mag Queen. Ja. Ich mag Queen und es gibt ein paar legendäre Songs von denen und ich glaube, das könnte gut werden. Doch, doch, bin ich fest der Überzeugung. Von dem Film erwarte ich sehr viel. Ja, du erwartest sehr viel. Ja. Aber dass der gut wird, da... Ich glaube auch, dass der gut ist. Mal abwarten. Also, ihr dürft mich jetzt hier zitieren. Okay, ich habe alles aufgenommen, für die Nachhalt festgehalten. Wenn er schlecht wird, spiele ich dir das dann vor. Nein, 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 ja. Wird nicht. Glaube ich nicht. Wir gehen auf alle Fälle wieder ins Kino und wenn wir das tun, dann werden wir hier im Podcast die Ersten, die von uns darüber hören. Wenn ihr uns Rückmeldungen geben möchtet oder uns unterstützen wollt, dann könnt ihr am besten euren Freunden von uns erzählen. Uns auf Twitter, Facebook oder YouTube folgen. Ihr könnt diese oder natürlich auch jede andere Episode kommentieren. Uns eine Nachricht schicken. Ihr könnt uns bei iTunes oder bei panoptikum.io bewerten. Über unser Partnerprogramm bei Amazon.de einkaufen. Oder ihr könnt uns eine Sache oder Geldspende zukommen lassen. Und ganz neu ist jetzt Flatter dazugekommen. Flatter, das ist so ein Internetdienst, den gibt es schon seit Jahren. Es jetzt funktioniert im Prinzip so, dass man sich bei Flatter anmeldet. Dort kann man so ein monatliches Guthaben festlegen. Ich weiß nicht, was das Mindeste ist. Fünf Euro, zehn Euro oder Dollar. Die einzige Voraussetzung ist halt eine Kreditkarte. Und das kann man dann quasi automatisch immer aufladen lassen. Und dann kann man sich seine Lieblingspodcasts aussuchen, die man gerne hört. Also uns. Ja, natürlich. Nur wir. Und quasi für jede Episode, die in einem Monat von euren Lieblingspodcasts erscheint, wird euer Guthaben automatisch verteilt und kommt den Produzenten und Machern dieser Podcast zu. Was ich eine sehr coole Methode finde, muss ich sagen. Also ich nutze das auch. Ich bin auch ein sehr, sehr aktiver Podcast-Hörer und ich habe da auch mein Guthaben und ich habe da alle meine Podcasts geliked, so nennt man das nicht, also hinzugefügt sozusagen. Und jedes Mal, wenn die was Neues machen, kriegen die von mir ein bisschen was in den Hut geworfen. Vollkommen automatisch. Finde ich praktisch. Alle Links dazu, die ihr braucht, findet ihr wie immer in den Shownotes dieser und aller anderen Episoden im Podcast-Client eures Vertrauens und natürlich auf kat.exklamatio.de. Dann bedanken wir uns ganz, ganz herzlich fürs Zuhören, wie immer. Ja, wünschen wir. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen mehr Spaß mit dieser Episode, als wir mit dem Film hatten. Das ist nicht schwer. Ja, wahrscheinlich. Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir Asteroisborn gesehen haben und auch immer das sein werden. Macht's gut. Bis bald. Bis bald. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020